Der viergerühmte Streiter des Lichts ist etisch hier? Soll ich Frostgramm niederlegen und mich eurer Gnade ausliefern, Vordring? Wir werden euch schnell töten, Arthas. Eine Gnade, die ihr den Zahllosen versagtet, die ihr an... Ihr werdet ihre Qualen bald am eigenen Leib erfahren. Ihr werdet um Gnade betteln. Vergebens. Eure Schmerzensschreie werden eine grenzenlose Macht bezeugen. So sei es dann, Champions und Glyph! Eure Schmerzensschreie